Hallöchen Leute, hier ist Sachsi und ja, wir spielen weiter in TV4 nach langer Pause, eine Woche Pause, weil wegen Fehlout muss ich bearbeiten, Probleme hat ein bisschen Arbeit und dazu noch was anderes ist dazu gekommen, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache keine großen Stress, ich sage euch, dass die Woche nicht aufgenommen und ja, jetzt bin ich mit Vollpower aktiv jetzt und ja, die schlimmste Zeit in den Jahren, wahrscheinlich einmal im Jahr, werde ich sowas eine wochendliche Pause machen und das schaue ich so, schaue ich nach, plötzlich aber normalerweise passiert bei mir das selten, so gehen wir weiter mit Fehlout4, hoffe ich habe ich nicht gesagt, was soll denn 2 oder 4, egal, Fehlout4, wo haben wir aufgehört? Meine Frau Lübda! Da klopfen wir wieder an! Ja! 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 Was ist das? Ja da! Ja! Ich hab... Ja! 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 Da klopfen wir! Ersatz. Okay, bin ich bereit. Ich hoffe, ich werde nicht so schlimm wie die letzte. Halt es morgen jetzt. Ich hoffe, ich werde nicht so schlimm wie die letzte. Ich hoffe, ich werde nicht so schlimm wie die letzte. Ich hoffe, ich werde nicht so schlimm wie die letzte. Ich hoffe, ich werde nicht so schlimm wie die letzte. Okay. 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 Und jetzt? What? 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 Ich finde, perfektes Versteck. Hmmmm, ich finde, allein weg, das ist verrückt. Okay. Ja, toll. Sprech mit Nick. Nick, wo steckst du? Ah, da bist du. Was? Äh. Äh. Hm. So Leute, Hallöchen, ich bin wieder da. So, äh, habe ich bemerkt, ich habe aus Versehen eingestellt, dass nach 10 Minuten macht der Schluss, also der macht Schnitt. Und dann habe ich ein bisschen gesehen, ich weiß nicht, wie weit ist das gegangen ist. Also jetzt muss man diese, ich weiß auch, ob ihr das mitbekommen habt, aber den Doktor muss man finden in den Leuchtenmeer. Was heißt Leuchtenmeer? Große Strahlung. Und Nick hat uns einen Tipp gegeben. Oder ich finde, diese Red kaufe so viel, wie viel ich kann, und wenn wir da durchgehen, oder eine Powerrestung. Ich habe mir gedacht, äh, okay, so viel Geld habe ich auch nicht, das zu kaufen, aber Powerrestung habe ich schon. Dann gehen wir kurz zu Heim und gehen mit Powerrestung. Klingt besser als was anderes. Also diese andere Tipps, sag ich so. 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 Und jetzt gehen wir. Hi. So. Karte. Wir müssen ein bisschen dachen, aber wir nehmen schon Powerrestung. Pitbull. Es ladet so schön. Es ladet, und 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 ladet. Ja. Ah. Das kann sogar bewegen. Läuft. Boah. Okay. Ich will hier reingehen. Müssen wir schauen, wieviel habe ich Energie. Also. AP. Code. Ich glaube. Diese. Corey. Das ist die Fusion. Wieviel. Wow. Geil. Ein Leck. Okay. Äh. Tauschen. Folgen. Äh. Nein. Nix. Ich hab gedacht, dass du mit wir tauschen. Äh. Äh. Handel. Aber ne. Apropos. Handel. Wie hab ich überhaupt nichts? Wie hab ich überhaupt nichts? Die. Ja. Läuft bei mir. Habe ich das überhaupt? Habe ich gehört, diese Waffe sollte übertrieben brutalste und die geilste Waffe in FLO 4 sein? Wie der Mr. LeFloid hat gesagt, habe ich Video geschaut. Die macht übertrieben viel Damage. Äh. Ja. Nein. Nicht erweitern. Das ist. Ja. Da wollte ich hin. Nein. Ah ja. Stimmt. Hab ich vergessen. Und ich will hier rein. Da muss ich raus. Rausgehen. Verstellen. Genau. Ich will. Die Waffe. Ja. Uh. Alter. 100. Aber muss ich die Waffen prick sein? Nein. Das konnte ich schon hässchen. Aber brauche ich 4 Waffen. Leck mich am Arsch. Aber ist schon nicht schlecht finde ich. 90, 80. Aber kaufe ich die Tasse. Und was ist das? Das. Kleine. Scheiße. Scheiße. Ich glaube lass ich so. Gibt es eigentlich hier. Ne. Lass ich so. Komm mit. Ne. Ah. Mit dem Visier kann ich machen. Reflex Visier. Bisse Präzision. Mehr Wert. Oder das. Präzision. Gewicht. Mehr Gewicht. Ja. Aber ein bisschen Präzision. Aber dafür brauche ich was noch. Und ich muss so hässchen. Ne. Ich mache so. Meine Präzision ist ziemlich gut. Glaub ich. Glaub ich. Also da. Bei dieser Waffe kann ich das verbessern. Das ist über dem Guy. Aber Muni selten. Habe ich gehört. Und ist so. Das sollte auch übelst OP Waffe sein. 13. Also. Zu erweitern brauche ich. So viel. Okay. T. Merken wir. Bei. Mehr Gewicht. Aber was bringt mir das. Verbesser Präzision aus der. Gehüfte. Machen wir. Die Hüfte. Noch ein bisschen mehr. Mal gesehen. Loll. Schrauben. Naja. Das ist immer Problem. ne. Strahlung. Oder was. Verbesser. Die Rückdampf. Und. Verschut. Verbesser. Weiterwärts. Auch. Ich sage. Wenn ich. Rückschutz. Kontrollen. Die Rückdampf. Verschut. Und. Also. Nur. Für. Wenn das. Eine Reichweite. Das lasse ich. Lassen. Der bessere Fokus und der Präzision durch die Visier, ok, nehme ich das auch, ok, was, wieso jetzt so eine Umgebung? Ich bekomme schon Stangen, aber nicht so starke Strahlung. Nein, ja, eventuell. Habe ich die überhaupt platziert? Ich glaube, alles, warte, von Anfang bis Ende, also wir machen, da haben wir so viele Waffen, also das haben wir schon, was ich will machen, das nehme ich, das bleibt so, das habe ich schon, ist gut. Die Rakette, ist ok, passt, das brauche ich nicht eigentlich. Aha. Das haben wir auch. Äh, das machen wir, das haben wir, das haben wir, das, deswegen nehmen wir die andere, aber, ich glaube, ok, hm, warte mal, welcher ist bei 45? Das ist der große Magazin, Kampfgewehr, ok, suche mir ein Kampfgewehr. Da, ok, haben wir schon geändert. So, gut, Sniper, das lassen wir, oh, das ist ziemlich OP, sollte sein. 85, das lasse ich doch, so. Und, ah, letzter Valentine's, wie geht es Ihnen? Gehen wir kurz schlafen. Ja, ist ja klar. Gehen wir für, komm, schlafen. Weil, wollen wir noch kurz verkaufen und dann geht weiter mit, jo. Oh, wie schön, es ist, wer bist du? Entschuldigung. Ah, die, ah, das ist die. Mal sehen, welche Antworten aus der Brasse. Juhu. Erstmal machen wir Waffen verkaufen. Das lass ich. Komm, verkaufen, das brauche ich eh nicht. Komm, verkaufen, ja. Das ist... Schwer ist das. Ja, ok, passt schon. Aber von den Granaten habe ich ziemlich viel. Komm, verkaufen zwei. Zack, haben wir schon 100. Das brauche ich nicht. Das... Komm, verkaufen, ja. Puh. Vorher... muss ich meine Waffe verkaufen. Das verkauf ich. Das lasse, das lasse, das lasse. Komm, da auch weg. Oh, wir sind über sein Budget. Das klingt nicht gut. Oh ja, komm, Monique gibst du mir ein bisschen. Was haben wir? Kleidung. Aber ich weiß, was du hast noch. Was gut ist für mich oder nicht? Was stimmt. Hm. Hm. Eh... Ich würde sagen... Ja. Handelbestätigen. Juhu. Juhu. Ich muss nicht mal was fragen. Wo ist die andere? Da ist eine, ich glaube, die wird auch... Was heißt, wir sagen, tauschen? Ja, tauschen. Ja, ist klar, tauschen. Nein. Alla, wie habe ich plantiert? Hm. Trauer, Sachen tauschen, Handel. Den da, glaube ich, die sind übittlend teuer, solltet ihr sehen. Ja.